Wir müssen mal gucken, ob ihr überhaupt noch wach seid, Freunde, jetzt gerade. Erstmal Sub-Mode rein und dann machen wir jetzt mal was, Freunde. Sub-Mode rein, ganz schnell. So, ob ihr überhaupt wach seid, das gucken wir jetzt mal nach. Ja, wo sind die Flugzeile, komm. Groß wie eine Giraffe, wie Pain. Oh, oh, oh. Geil. Ja, hau rein, Digger. Auch wenn ich den Kill nicht kriege, das war es wert. 134 mit der Tag, Schatty. Rest in piss. Okay, bei mir ist er ja direkt. Digger, wo tanzt der, Digger? Seine Schritte klang so mega weird, Digger. Okay, what the hell? What the hell? Okay. 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 Schat, dass ich beide Seiten place, Digger. Ach, komm. Nein, Digger. Mein Vater hat hier geschlafen. Ich habe dir meine Instagram-Story gesehen. Mein kleiner Bruder war gestern hier mit meinem Vater. Und ich habe ihm die ganzen guten Pokémon von meiner alten Edition getauscht. Man hätte sich so gefreut, das glaubt ihr euch nicht. Das glaubt ihr nicht. Weil mein Bruder ist so ein kleiner Pokémon-Fan. Und ich habe ihm einfach die ganzen guten Pokémon geschenkt. Er konnte es gar nicht glauben. Er dachte, er würde sich ein pures Gold schenken, Mann. Und da dachte ich mir so, Digger, wenn man diesem kleinen Mann so eine große Freude damit machen kann, Digger. Das war's komplett. Dann dachte ich mir so, das muss man auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, es kommt ja dieses Jahr sogar eine neue... Oh, wie langsam ich gerade bin. Ich glaube, es kommt ja sogar eine neue Edition dieses Jahr raus. Da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Oh, mega Bock habe ich drauf. Ich finde es krass, dieses Stretch-Thema wird echt, glaube ich... Es wird niemals der Moment kommen, wo man das nicht mehr erklären muss. Weil ich meine, das machen jetzt so viele Streamer schon seit Wochen. Jetzt sind mein Aim gerade die letzten... Oh, da sind Minis. Ich kriege... Keine Ahnung. Letzte Runde habt ihr geschrieben, krasses Aim und so. Und das liegt auch daran, dass ich Stretch spiele. Weil man Stretch einfach besseres Aim hat, weil die Gegner sind breiter. Und man muss eh jeden Vorteil, den man kriegt, wenn man auf PC mit einem Controller spielt. Weil man hat sonst halt nur Nachteile gegen die ganzen PC-Spieler, logischerweise. Man kann ja gar nicht mit denen mithalten vom Aim und so, weil die halt eine Maus haben und man selber einen Controller hat. Aber die spielen halt auch alle Stretch. Digga, er baut schon wieder nicht das, was ich von ihm will. Ja, so ist es natürlich einfacher, Freunde, ne? So ist es natürlich einfacher, ganz klar. Da braucht man diese ganzen Konfrontationen, braucht man gar nicht, Freunde. Da springt man einfach runter. Also BO4 wäre im Übrigen für alle, die da vielleicht noch nicht Bescheid wissen, werde ich natürlich auch der Playzy spielen. Also ich freue mich echt mittlerweile wirklich sehr über euch, über meine Twitch-Community. Es ist einfach cool, mit euch zu streamen, den Sonntagmorgen hier zu verbringen. Jetzt kommen wieder alle mit 11.44 Uhr erst kein Morgen, für mich schon. Für mich ist es quasi noch Nacht. Alter, wie er hier reingeslide ist, Digga. So wie manche Eagles in die DMs, Digga. Holy Shit. Ich will nicht sagen, aber ich glaube, der Typ hat verkackt. Außer er rapet mich jetzt. Ja, er hat mich fast gerapet, weil eigentlich kannte er diesen Kampf nicht gewinnen gegen den P90. Das war nicht gut von mir. Das war wieder so typisch, ach, ich gewinne sowieso. Das ist immer ganz schlecht. Das darf man nicht machen. Ich muss dieses Trapp mal aufhören, Digga. Digga, immer dieser zwanghafte Versuch, diesen scheiß Emote danach zu machen. Ach Ben, hör doch mal auf jetzt. Ben wollte aber mal direkt los, Digga. Hätte noch einen Termin gehabt. Deshalb immer nachladen. War doch easy mit dem letzten Schuss. War doch kalkuliert, Bruder. Kennst es doch. X mal Pi Quadrat hoch 2 habe ich ausgerechnet. Da wusste ich, okay, so viele Kugeln habe ich noch. So mache ich das halt meistens, der anderen ist ein Gegner. Und dann war das eigentlich easy. Schade. War behindert, Digga. Ich bin immer noch ein bisschen nervös in diesen letzten Minuten, Digga. Ich habe immer noch keinen Solo-Win auf PC. Morgen Deutscharbeit. Oh, Deutsch ist ein... Also für Melden und so ist es echt einfach. Aber Arbeiten sind immer so richtig abfuckend Deutsch. Vor allem, wenn man die Bücher nie gelesen hat. Das war jetzt... Erzähl mir keine Scheiße, dass das Fallschaden war, Digga. Ich bin so geslidet, Mann. Wie so ein fettes Kind auf einer Wasserrutsche. Ohne Witz jetzt, Digga. Oh, ne Chesty, Mesty. Da war eins drüber. Ein Chak Chak. Oh, danke schön. Junge, bau doch. Bau doch, Junge. Was ist das? Hä? Mein Monitor ist aus. Ich bin wieder... Hä? Mein Bild ist gerade 4 zu 3 geworden. Ich... Warte, ich zeige euch das. Ich zeige euch das mit der Cam. Hier, ich habe Ränder bekommen. Warte. Hier. Da schwarzer Rand. Da schwarzer Rand. Digga, mein Bild schaltet sich einfach auf 4 zu 3 und ich habe keinen Sound mehr. Alles klar, Digga. Danke dafür. Danke dafür. Bock, einen zu snipen. Ich weiß nicht, ob seine Plazy ausgegangen ist oder ob seine Mom ihn angegriffen hat körperlich, aber der Typ hat auf jeden Fall keinen Bock gehabt, weiter zu rennen. Schluck, Spächt. Ben. Da ist Ben. Zugriff auf Ben. Erfolgreich. Zugriff auf Ben war sehr erfolgreich. Erfolgreich. I got you, babe. D-d-d-d. Will die andere Scar? Alle machen jetzt auf Mörder, weil dein Freunds besten Freunds bester Freund hat ein Ballermann. Definitiv. Definitiv nein. Du musst jetzt eigentlich richtig eklig sein. Einfach hier so den machen, den Klassiker, Alter. Den ganz ekligen Move. Einfach mal den billigen Win holen wir uns jetzt. Versuchen wir mal, okay? Den ganz ekligen. Habe ich mir jetzt auch mal verdient, so zu spielen. Muss los, Bruder. Muss los. Zweimal habe ich mich jetzt darunter durchgeduckt, Digga. Oh, okay. Ha ha ha! Geil! Einfach mal schön durch die Zone gestorben. Einfach mal gegönnt hat er mir jetzt diesen scheiß ersten PC-Solo-Win, Digga. Mein Gott, Digga. Das war aber auch ein Sweat gerade. Boah!